Hamburg führt das 2G-Modell ein. Das heißt nur, Geimpfte und Genesene haben Zugang zu privat organisierten Veranstaltungen. Damit werden Ungeimpfte vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Was davon juristisch zu halten ist, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass ein Abo da und schau dir das Video wie immer bis zum Ende an. Das ist juristisch ein ganz schöner Kracher, was die Hamburger da entschieden haben. Fußballvereine zum Beispiel in Hamburg lassen nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion. Grundsätzlich können Private derartiges, zum Beispiel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, als Voraussetzung für einen Vertragsschluss festsetzen. Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Privatautonomie. Das heißt, ich kann mir aussuchen, mit wem ich Verträge schließen will. Ich könnte theoretisch also auch sagen, wenn das in den Grenzen des Infektionsschutzgesetzes wäre, dass ich zum Beispiel nur noch Verträge mit Ungeimpften schließe. Also zum Beispiel ein Anwalt oder ein Steuerberater könnte das sicherlich machen. Wenn es um Großveranstaltungen geht, hätte man hier sicherlich die infektionsschutzrechtlichen Grenzen zu beachten. Also wir haben hier den Grundsatz der Privatautonomie, der nur begrenzt wird durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Aber diese schützt nur vor Alter und ethischer Herkunft, aber eben nicht vor dem Impfstatus. Sodass man also grundsätzlich als Privatanbieter eine solche Regelung treffen kann. Aber wir haben ja hier eine Behörde der Stadt Hamburg, die dieses Modell grundsätzlich erlaubt und haben daher eine Ungleichbehandlung zwischen den Unternehmern, die auf Basis des 3G-Modells ihre Geschäfte machen und Verträge anbieten und auf Basis des 2G-Modells. Denn die Unternehmer, die auf Basis des 3G-Modells Geschäft anbieten, sind halt sehr beschnitten in dem, wie sie es anbieten. Weil wenn man Getestete mit reinnimmt, darf man eben nicht, wie zum Beispiel jetzt hier beim Fußballverein, ohne Maske, ohne Abstand halten, eben an der Veranstaltung teilnehmen. Da muss man eben wie immer schauen, ist das Ganze hier grundrechtlich geboten? Was sagt die Verfassungsmäßigkeit? Und da sind wir, wie immer, beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also rechtlich zulässig wäre das Ganze dann, wenn es dafür ein legitimes Ziel gibt und die Einschränkungen erforderlich und geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen. Dafür sind zwei tatsächliche Fragen von entscheidender Bedeutung. Also erstens gehen von den Geimpften weniger Gefahren aus als von den Ungeimpften. Und zweitens sind diese Einschränkungen für die Nicht-Geimpften wirklich erforderlich für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Also erste Frage ist, gehen von den Geimpften weniger Gefahren aus? Grundsätzlich kann man natürlich nicht bezweifeln, dass die Impfung eine gewisse Wirkung hat. Aber bisher in Deutschland werden manche Studien gar nicht diskutiert und auch noch nicht mal in den allgemein zugänglichen Medien veröffentlicht. Es gibt ja eine britische Studie, die besagt, dass Geimpfte im Vergleich mit Nicht-Geimpften lediglich ein um 50 bis 60 Prozent reduziertes Risiko hätten, sich zu infizieren. Und aufgrund der bekannten Schwierigkeiten, Infektionsquellen zu finden, können die Studien keine Angaben darüber machen, wie hoch der Anteil der durch Geimpfte verursachte Infektionen ist. Aber nach der Interpretation dieser Studie ist es so, dass die geimpften Menschen wahrscheinlich mit dem beträchtlichen Ausmaß an der Übertragung des Delta-Virus beteiligt ist. Daher wundert man sich, dass diese Studien bei uns gar nicht auftauchen. Dann stellt sich eben die Frage, wer ist denn jetzt mehr gefährlich und weniger gefährlich? Denn letztendlich darf es juristisch nicht darauf ankommen, ob ich geimpft oder ungeimpft bin, sondern letztendlich ist die Frage entscheidend, Bevölkerungsschutz, wer ist gefährlich und wer ist ungefährlich? Und wenn die wissenschaftliche Lage immer unklarer ist, wie weit reicht tatsächlich der Impfschutz, geht ein Infektionsrisiko auch von den Geimpften aus, was jetzt zum Beispiel die Delta-Varianten angeht, dann würde das ja zum Beispiel dazu führen, dass Geimpfte auch getestet werden müssen. Das wäre ja die logische Konsequenz, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Die andere Meinung dazu wäre, die FDP vertritt das teilweise, einfach alle reinzulassen und alles freizugeben, aber soweit wird man wahrscheinlich hier erstmal in dieser Lage nicht gehen wollen. Daher stellt sich ja die Frage, wenn ich also eine wissenschaftlich unklare Lage habe, wie sehr reicht der Impfschutz, wie sehr wirkt der Impfschutz, bin ich noch infektiös, wenn ich geimpft bin aufgrund von Varianten, dann wäre die logische Konsequenz zumindest, wenn ich eine unklare Lage habe, dass auch die Geimpften getestet werden müssen. Eine Zwischenstufe gibt es da nicht, entweder man ist getestet oder man ist ungetestet. Man könnte gegebenenfalls noch darüber nachdenken zu sagen, Geimpfte, wenn sie Symptome aufweisen, müssen sich testen lassen, aber da, das würde wahrscheinlich als vielleicht juristisch milderes Mittel in der Praxis wieder kaum umsetzbar sein. Das heißt, im Wege des Bevölkerungsschutzes dürften diese Studien bezüglich der Impfungen nicht einfach billigend in Kauf genommen werden, sodass die Frage, ob von den Geimpften weniger Gefahren ausgehen als von den Ungeimpften, nicht klar beantwortet werden kann. Es wird nicht wegdiskutiert, dass die Impfung wahrscheinlich sicherlich sinnvoll ist und auch einen gewissen Schutz bietet. So sagt es ja auch das Robacht-Koch-Institut, aber wahrscheinlich doch nicht so weitreichend wie ursprünglich angenommen. Und daher auch die zweite Frage, dann sind die Einschränkungen für die Nicht-Geimpften wirklich erforderlich für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Wenn also schon die erste Differenzierung hier nicht klar ist, dann kommt man bei der zweiten zweiten Frage natürlich auch in einem gewissen Diskussionsbedarf. Denn die Verhältnismäßigkeit hier hängt vom Infektionsgeschehen ab. Und jetzt möchte man die Inzidenzwerte abschaffen, weil man sagt, das ist nicht mehr der richtige Messwert. Man hat den Grad der Hospitalisierungen. Hier hat man aber auch noch keine richtigen belastbaren Werte. Stichwort auch Subventionsbetrug von Krankenhäusern. Hier kann man auch nicht wirklich differenzieren, welche Infektionsgefahren von bereits Geimpften ausgehen. Also man hat hier keine ganz klare wissenschaftliche Datenbasis, auf die es zu entscheiden gilt. Und das ist eben juristisch das Maßgebliche. Ich brauche eine klare wissenschaftliche Basis, um juristisch dann Entscheidungen treffen zu können und eben nicht mehr auf Basis von Mutmaßungen. Daher halte ich diese 2G-Entscheidung in Hamburg für verfassungsrechtlich arg bedenklich. Denn die Verhältnismäßigkeit scheint hier so nicht mehr gegeben zu sein aufgrund der genannten Datenargumente aufgrund der unsicheren Datenbasis, denn maßgeblich muss sein, nicht ob einer geimpft oder ungeimpft ist, sondern ob jemand gefährlich oder ungefährlich ist für den Schutz der Bevölkerung. Und solange diese Frage nicht ganz klar beantwortet werden kann, kann ich auch juristisch keine so harten und weitgehenden Entscheidungen treffen, dass man Ungeimpfte gänzlich vom gesellschaftlichen Leben ausscheidet. Wenn man sich so sicher ist, was die Impfung angeht, wie zum Teil auch das Robert-Koch-Institut auf seiner Seite verlaubt war, dann wäre es ja so, dass von den Geimpften keinerlei Gefahr mehr ausginge. Dann käme man juristisch zu dem Argument, dass das eine selbstverantwortende Gefährdung ist der Ungeimpften. Sie haben ein Impfangebot, sie entscheiden sich dagegen. Und das ist dann eine gewisse Selbstverantwortung, dass sie sich diesen Risiken aussetzen. Ähnlich allgemeines Lebensrisiko, das Beispiel nehme ich immer gerne, weil es so plastisch ist. Im allgemeinen Straßenverkehr setzt sich jeder von uns unüberschaubaren Risiken täglich aus. Im Straßenverkehr passieren weitaus mehr Unfälle, Verletzungen und Todesfälle als zum Beispiel durch eine Corona-Pandemie. Das ist aber sozial adäquat und hier würde sich dann die Frage stellen, wenn die Geimpften tatsächlich geschützt sind, ob die Ungeimpften eben sehenden Auges dieses Risiko eingehen und eben dann damit leben müssen, dass sie sich eventuell infizieren mit dem entsprechenden Krankheitsverlauf. Und dann würden wir juristisch auch wieder dazu kommen, dass es unverhältnismäßig wäre, diese vom gesellschaftlichen Leben auszuscheiden. Also all diese Dinge müssen juristisch auf jeden Fall bedacht werden. Ich halte zum jetzigen Zeitpunkt diese 2G-Maßnahmen für absolut unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. Kann man aber natürlich wie immer darüber diskutieren. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.